Halt drauf, außer Miete. Klingelt! Ey, wenn ich zusammengehauen werde, ruft die Polizei nach Mannheim. Kalle, du weißt, wo ich wohne. Wie ein Hähnchen. Wie ein Hähnchen. Wie ein Hähnchen, Chat. Wie ein Hähnchen habe ich Hallo geschrien. Läger, ich bin unten, ich bin unten und ich schaue in meine Kamera und ich habe mir eine Pizza vorhin bestellt. Das habe ich ja gesagt. Glaubt mir so, wie der Lieferant gerade aussah. Junge, gar keine krassen Vorurteile, aber ein absolutes Viereck. Er hatte keine Uniform an, nichts an. Er hatte nur meine Pizza in der Hand. Wisst ihr, was ich meine? Nur die Pizza. So. Und normal sind die ja immer so in Behältern oder und so drinnen. Checkt ihr? Boah. Boah. Mal kurz davor zu sagen, lass es dir schmecken, ne? Ernst. Esst du, Bruder, ich bin eh satt. Komm rein und träg was. So weit war ich. Kalle, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Komm rein, ein Chai, was darf sein. Oder ich schneide. Ich wollte für ihn fast noch die Pizza schneiden, ne? Komm und setz dich, mein Bester. Ich schneide sie dir. So. Und ich gehe dann vor die Tür und warte, bis er fertig ist mit Essen. Boah. Sorry, sorry für die Pause. Bye.